Konnichiwa Minasan! Ein neuer Online-Kurs ist geboren und zwar der Online-Kurs mit dem Titel Umgang mit Japanern. Alles was du wissen musst, um erfolgreich mit Japanern zu kommunizieren. Wie der Titel natürlich schon verrät, geht es um den Umgang mit Japanern und der Kurs ist vor allem für Leute, die die japanische Gesellschaft ein bisschen besser verstehen wollen, die gerne wissen möchten, warum machen die Japaner eigentlich das, was sie machen, welche gesellschaftlichen Konzepte stehen auch dahinter. Zum Beispiel das Uchisoto-Prinzip, Tatemae VS Hone zum Beispiel. Und wie ist das mit Gambaru und Gaman, also dem Geduld haben und dem sich anstrengen, wie ist das mit den Hierarchien in Japan eigentlich geregelt und warum machen die das? All sowas werden wir in dem Kurs besprechen. Der ganze Kurs hat insgesamt über drei Stunden Videomaterial. Das ist eine ganze Menge, also drei Stunden geballtes Wissen zu den Japanern, zur japanischen Gesellschaft und das Ziel dieses Kurses soll es sein, dass ihr nach dem Kurs, wenn ihr das alles gesehen habt und verinnerlicht habt, dass ihr dann die Japaner besser versteht, besser versteht, warum machen die das so, warum machen die das? Und dann natürlich auch, wenn ihr mit Japanern Kontakt habt zum Beispiel, die wesentlich besser verstehen könnt und natürlich auch die Art und Weise, wie ihr mit denen interagiert, darauf anpassen könnt, damit ihr eine schöne Interaktion habt. Oder auch, wenn ihr Business mit Japanern macht, dass ihr dann besser eure Businessziele erreichen könnt und wisst, okay, das will der Japaner jetzt nicht, weil das und das Zeichen, die und die Gestik, die war vorhanden, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so optimal gewesen, vielleicht probiere ich das nochmal anders und ich habe in dem Kurs gehört, da könnte man das so und so machen. Sowas zum Beispiel halt, dass ihr einfach generell erfolgreicher und besser mit Japanern zurechtkommt und nicht dann da irgendwann am Schreibtisch sitzt, wie ich das schon bei einigen Geschäftsleuten, die Geschäfte mit Japan auch gemacht haben, auch mitbekommen haben, denen gesagt haben, ich habe so die Lust, denen so diese Faust da reinzurammt ins Gesicht, aber ja, Kevin, was soll ich tun? Habe ich schon öfter mal gehört. Also, dass das eben vermieden wird, aber es ist jetzt nicht nur für Businessleute der Kurs, sondern auch für Leute generell, die halt Kontakt mit Japanern haben, vielleicht auch für die Leute von euch, die nach Japan gehen wollen, jetzt nicht nur für den Urlaub, sondern für ein Auslandsjahr oder auswandern wollen, damit ihr euch einfach schon mal so ein bisschen auf die Gesellschaft und auf die Japaner einstellen könnt und auch so ein bisschen wisst, was erwartet euch da auf der gedanklichen Ebene oder wenn ihr eine Beziehung habt mit einer Japanerin oder einem Japaner, dann kann euch dieser Kurs auch weiterhelfen. Wenn ihr mal auf Udemy geht, da gibt es die Kursstruktur, da werdet ihr sehen, dass einige der Themen, die in dem Kurs behandelt werden, auch schon mal hier auf dem Kanal behandelt worden sind. Ich habe natürlich über die Jahre jetzt auf dem Kanal über viele verschiedene Themenvideos gemacht und habe natürlich, kläre euch auch immer wieder auf, wie denken die Japaner, wie funktioniert die japanische Gesellschaft. Das heißt, wenn ihr meinen Kanal sehr, sehr aktiv verfolgt und fast jedes Video gesehen habt, dann wird vieles von dem, was in dem Kurs vorkommt, gar nicht mehr so neu für euch sein und ihr werdet euch denken, das kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Also wenn ihr wirklich fast jedes Video verfolgt habt oder so, dann guckt auf jeden Fall in die Kursbeschreibung ganz genau rein, in die Kursstruktur, in die Themen, ob da was dabei ist, was euch noch interessiert oder ob ihr sagt, ich habe schon so viel jetzt gelesen und beim Kevin auch schon so viel gesehen, da irgendwie, da glaube ich nicht, dass sich der Kurs lohnt. Also da schaut auf jeden Fall nochmal vorbei, denn man kann schon eine ganze Menge lernen, wenn man allein die Videos hier auf dem Kanal schaut. Aber ich wollte das zusammen in einen Kurs packen und es gibt auch Inhalte in dem Kurs und Themen, die wir hier auf dem Kanal noch nicht besprochen haben und wir gehen auch in dem Online-Kurs auch wirklich sehr tief in die Konzepte rein und gehen da auch auf den Grund, wie das Ganze funktioniert. Also das nur als Hinweis, nicht, dass dann jemand hingeht und sagt, ja, aber das habe ich schon auf dem Kanal oder habe ich mir angelesen oder so. Schaut da vorher in der Kursbeschreibung, da könnt ihr ganz genau sehen, welche Themen behandelt werden und dann entscheiden, ob der Kurs was für euch ist oder nicht. Voraussetzungen für den Kurs braucht ihr im Übrigen absolut keine, keine Japanischkenntnisse. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein gewisses Japan-Interesse und ein Interesse für die japanische Gesellschaft, Kultur und eben auch für die Menschen. Der Kurs kostet momentan, wenn dieses Video hier hochkommt, in der Rabattaktion 9,99 Euro. Nach der Rabattaktion wird er wieder ein bisschen teurer, je nachdem, wie viel Udemy mich da einstellen lässt. Udemy passt die Preise immer so ein bisschen an und ich kann dann aus einem Bereich wählen. Ich wähle halt immer den Preis, der dann, sage ich mal, ganz unten ist, aber das sind mal 12,99 Euro, mal 13,99 Euro, mal 11,99 Euro. Das ist halt je nachdem, ich weiß nicht, wie genau Udemy da festlegt, von wo bis wohin ich wählen kann, aber da wird der Kurs dann eben nach der Rabattaktion ein bisschen teurer, momentan aber 9,99 Euro. Also, falls euch der Kurs interessiert, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, da ist der Link zum Kurs und da findet ihr auch nochmal Probelektionen, also Videos aus dem Kurs selbst. Da könnt ihr reinschauen und gucken, ist das was für mich. Die Videos sind im Grunde so aufgebaut, wie das, was ich hier auf dem YouTube-Kanal auch mache. Also, ich stehe hier und erzähle euch was über die Konzepte, ab und zu gibt es mal eine Einblendung, wenn es Sinn macht, ansonsten vermittle ich euch das Wissen aber so. Übungen gibt es in diesem Kurs nicht, ich habe lange überlegt, was für Übungen könnte ich machen, das Problem ist aber einfach, dass ich euch Wissen vermittle über die japanische Gesellschaft und über den Umgang mit Japanern und diese Sachen kann man nur üben, wenn man Kontakt mit dem Japaner eigentlich hat und gerade das dann ausprobieren kann oder das beobachten kann und dann denkt, ah, der Japaner hat jetzt das und das zu mir gesagt oder das und das gemacht und jetzt kann ich besser verstehen, warum er das gemacht hat und bin ich sauer auf ihn oder nehme ihm das nicht böse. Deswegen, am besten kann man üben, wenn man die Inhalte im Kurs wirklich verinnerlicht, Augen zumacht nach einer Lektion, darüber nachdenkt, okay, was ist da gerade, was hat der Kevin mir erzählt und dann eben versucht, es tiefgreifend zu verstehen und das in seinen Interaktionen im Kontakt mit Japanern anwendet. Also erwartet keine Übungen innerhalb des Kurses. Es gibt noch eine PDF mit Stichpunkten, so eine kleine Zusammenfassung dann nochmal, das hilft vielleicht auch. Aber jetzt so konkrete Übungen wie in dem Sprachkurs, in dem Sprachkurs kann man ja wunderbar Übungen machen. Man hat eine Grammatik gelernt und dann kann man die Grammatik üben. Das ist gar kein Problem, aber das ist bei diesem Kurs jetzt ein bisschen schwieriger gewesen. Deswegen ist es eher so ein Wissensvermittlungskurs, vielleicht wie eine Art Uni-Vorlesung in verschiedenen Teilen dann so, dass es so wie der Kurs aufgebaut ist, nur damit ihr da auch Bescheid wisst. Das soll es dann auch gewesen sein von diesem Video. Ich wollte den Kurs unbedingt machen, weil ich mal so etwas Kompaktes zum Umgang mit Japanern machen wollte, weil viele Leute mir immer Fragen stellen, wie funktioniert das, warum haben die das gemacht und gerade auch als ich in Firmen Unterricht gegeben habe, kam diese Frage immer wieder, sowohl von den Japanern wie auch von den Deutschen, die gesagt haben, Kevin, wir haben da jetzt die Japaner, wir kommen mit denen nicht klar, warum machen die das so, so und so. Und dann die Japaner, ja Kevin, ich bin jetzt seit zwei Monaten in Deutschland, aber irgendwie verstehe ich die Deutschen nicht, warum machen die das eigentlich so? Ja, vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Kurs für Japaner, ich weiß es nicht. Aber jetzt erstmal den Kurs für Deutsche. Und diese Fragen werden eben auch so ein bisschen beantwortet. Ich erzähle euch ein paar Anekdoten auch, die ich erlebt habe, Erfahrungen, die ich da eben auch habe, gemacht habe mit Japanern, sowohl in der Businesswelt wie auch so privat. Und das ist auch in dem Kurs mit natürlich drin. Und falls ihr eine Frage habt, persönliche Frage irgendwie, weil ihr einen Kontakt mit einem Japaner habt und das nicht versteht, könnt ihr diese Frage natürlich auch während des Kurses stellen im Kursforum. Und dann versuche ich euch natürlich auch gerne weiterzuhelfen. Nun gut, das war es jetzt. Schaut gerne beim Kurs vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, jetzt in der Rabattaktion 9,99 Euro. Schaut gerne vorbei. Und ja, in diesem Sinne bin ich froh, dass der Online-Kurs geschafft ist. Und ich freue mich auf den nächsten. Denn der nächste Online-Kurs, der wird anfangen, Japanisch von Grund auf beizubringen. Da werde ich versuchen, was Schönes zu machen. Mit schönen Hörübungen, mit schönen Lesetexten und, und, und. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber da habe ich schon so einen ungefähren Plan, wie ich das machen möchte. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Vielen Dank für die Unterstützung. Und viel Spaß mit dem Kurs, falls ihr ihn euch holt. Und ansonsten lasst mir gerne in den Kommentaren auch eure Meinung da, wie ihr euch gefallen habt, wenn ihr gemacht habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!